Leute, gestern hat ein weiteres Breakout bei Bitcoin stattgefunden, was uns dabei helfen könnte, endlich den wichtigen Widerstand bei 10.500 Dollar nach oben hin zu durchbrechen und endlich mal eine bullische Marktstruktur für Bitcoin zu etablieren. Warum das Ganze aber sehr unwahrscheinlich ist, dass das in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen passieren wird, darauf komme ich jetzt hier heute in dem Video zu sprechen. Des Weiteren, Leute, wollen wir uns so ein bisschen anschauen, was der Stock Market momentan so macht und was meine Predictions für den Stock Market tatsächlich in der Zukunft sind und vor allen Dingen, was meine Aktienpositionen momentan machen. Denn ihr wisst es ganz genau, ich habe am 11. April ein Video hochgeladen, wo ich sehr viel Hate, oder was heißt sehr viel Hate, aber man sieht es an den Dislikes und man sieht es auch an dem einen oder anderen Kommentar, habe ich tatsächlich etwas Hate bekommen dafür, dass ich gesagt habe, dass ich glaube, dass der Stock Market tatsächlich nicht mehr weiter fallen wird, sondern dass wir einen extremen Aufschwung sehen werden. Das habe ich ja tatsächlich in diesem Video hier gesagt und habe da ja auch gesagt, dass ich meine Aktienpositionen erweitert habe. Dafür habe ich sehr viel Hate bekommen, weil da eben sehr viel Panik war wegen der ganzen Corona-Krise und viele davon ausgegangen sind, dass der Markt noch deutlich weiter crashen wird. Habe ich eben gesagt, hey, ich sage es euch, wenn ihr immer auf diese Crash-Propheten hört, werdet ihr Profite verpassen und genau das hat sich jetzt tatsächlich nicht mal drei Monate danach auch bestätigt. Ich werde jetzt tatsächlich trotzdem sagen, wovon ich ausgehe, wo der Aktienmarkt jetzt weiter hingehen wird in diesem Video, aber wir wollen uns natürlich hauptsächlich mit dem Bitcoin-Breakout beschäftigen, was wir gestern gesehen haben. Des Weiteren, Leute, machen wir natürlich wie in jedem Video ein 50-Dollar-Bitcoin-Giveaway. Falls ihr diese 50-Dollar in Bitcoin gewinnen wollt, dann lasst natürlich gerne mal einen Kommentar da mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse, dann könnt ihr auch schon gewinnen und unabhängig vom Giveaway würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben geben würdet. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button aktivieren würdet. Naja, Leute, ich würde sagen, den Gewinner vom letzten Video losen wir natürlich am Ende von diesem Video hier aus. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was genau passiert ist. Und zwar, Leute, haben wir tatsächlich ein weiteres Pattern, von dem relativ viele Trader geredet haben. Lag vielleicht auch daran, dass ein größerer amerikanischer YouTuber gestern von diesem Chart-Pattern geredet hat. Und deshalb ist natürlich das Ding, dass sich jetzt einige Trader, die zumindest auch diesen amerikanischen YouTuber verfolgen, sich danach richten werden. Ansonsten, was ist generell in den letzten Tagen passiert? In den letzten Tagen, ihr wisst es ganz genau, hatten wir hier diesen großen Fake-Out-Versuch, der im ersten Moment sehr vielversprechend aussah. Aber da wir natürlich hier auch diesen schönen Retest hatten, wir haben Widerstand als Support bestätigt, es sah alles ziemlich gut aus, bis wir dann hier diesen großen manipulativen Sell-Off gesehen haben. Ein klassisches Bart-Simpsons-Pattern, ja, ein ganz klassisches Manipulations-Pattern, was wir eigentlich sehr lange bei Bitcoin nicht mehr gesehen hatten. Aber tatsächlich hier bei an sich diesem extrem wichtigen Breakout haben wir hier ein weiteres Bart-Pattern gesehen. Das heißt, ein ganz klares Pattern von Manipulation. Ob dieser Pump hier manipuliert war, mag ich zu bezweifeln, einfach aus dem Grund, weil wir einen sehr, sehr schönen Aufschwung hatten. Wir hatten einen sehr schönen Zuwachs von Volumen, ja, vor allen Dingen ein Kaufvolumen. Und dann hatten wir natürlich ein richtig schönes Run-Up, es wurden viele Shorts liquidiert, was das Ganze verstärkt hat. Hier muss man sagen, bei dem Sell-Off war es ganz klar, dass das eine Marktmanipulation war, einfach aus dem Grund. Wenn wir auch nochmal auf noch kleinere Timeframes gehen, das habe ich auch schon im letzten Video gesagt, dann kann man da wunderbar erkennen, dass auf einmal dieses Sell-Off-Volumen, dieses Verkaufsvolumen aus dem Nichts kam. Ja, wir hatten sogar Aufschwung, ja, wir hatten hier Kaufvolumen und dann auf einmal, bam, ein riesiger Abverkauf, riesiges Abverkaufsvolumen. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, dass man da davon ausgehen kann, vor allen Dingen dadurch, dass das in so einer extrem kurzen Zeit ohne eine große Vorbereitung war, kann man an sich stark davon ausgehen, dass dieser Dump hier tatsächlich manipuliert war. Kann man auch daran sehen, dass wir, obwohl wir einen wichtigen Support hier, wir haben einen wichtigen Support mit diesem Dump durchbrochen, hier aus unserem großen, das große Symmetrical Triangle, da sind wir tatsächlich nach unten durchbrochen. Also der ehemalige Widerstand wurde wieder zu Widerstand und obwohl wir da jetzt eigentlich an sich bei einem normalen Dump darunter davon hätten ausgehen müssen, dass wir noch weiter fallen werden, ist das Ganze nicht passiert, sondern dadurch, dass wir ja eigentlich bullisch waren und das hier alles nur eine Manipulation, weil sind wir danach tatsächlich weiter nach oben angestiegen. Und jetzt kommen wir auch schon auf das Chart-Pattern zu sprechen, von dem Breakout auch, von dem ich eben am Anfang des Videos geredet habe. Und zwar sehen hier momentan viele ein sogenanntes Diamond-Pattern. Ein Diamond-Pattern ist tatsächlich ein Chart-Pattern, welches sehr schwierig zu erkennen ist und was auch meiner Meinung nach sehr viel Raum für Interpretation offen lässt. Also es ist nicht so ein eindeutiges Pattern meiner Meinung nach, wie jetzt zum Beispiel ein Symmetrical Triangle zum Beispiel. Da muss ich sagen, ist so ein Diamond-Pattern meiner Meinung nach ein bisschen schwieriger zu erkennen. Man muss aber hier tatsächlich ganz klar sagen, dass das schon charakteristisch sehr für ein Diamond-Pattern spricht. Ein Diamond-Pattern ist einfach ein Pattern, bei dem es eben in der Mitte des Patterns einen großen Aufschwung nach oben gibt. In den meisten Fällen bei einem Diamond-Pattern haben wir einen extremen Pump-and-Dump sozusagen. Also ein Diamond-Pattern entsteht meistens dann, wenn man einen extremen Pump-and-Dump hat und vor diesem Pump-and-Dump und auch nach diesem Pump-and-Dump eine Konsolidierungsphase, bei dem sich Bitcoin kaum bewegt. Und dadurch entsteht dann natürlich logischerweise hier dieses diamantförmige Pattern, was wie gesagt sehr viel Raum für Spekulationen offen lässt. Aber was wir jetzt hier relativ schön gesehen haben, ist, dass sich dieses Diamanten-Pattern gestern zugespitzt hat und wir tatsächlich aus dem Diamond-Pattern, auch nochmal mit dem Support hier von unserem Symmetrical Triangle, kann man wunderbar sehen, dass wir hier am Ende wirklich sehr schön gebounced sind an der Stelle. Wir hatten zwar einen kleinen Wick, aber ansonsten sind wir sehr schön hier von diesem Diamond-Pattern und auch dem Symmetrical Triangle gebounced und hatten jetzt ein Breakout nach oben. Das ist als allererstes mal gegen die Wahrscheinlichkeiten. Ein Diamond-Pattern hat tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine fast schon so 70%ige Wahrscheinlichkeit, nach unten auszubrechen, zumindest wenn wir mit einem Abtrend in das Diamond-Pattern reingehen. Also normalerweise ist es so, dass das Target von solch einem Diamond-Pattern eben der Anfang von dem Run-Up ist, mit dem man sozusagen in das Diamond-Pattern gestartet ist. Das heißt, hier wäre unser Anfang von Run-Up, hier sind wir so reingekommen. Das heißt, das Target wäre sozusagen auch hier unten bei 8.800 Dollar ungefähr und wir hätten eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unten ausbrechen und dieses Target erreichen. Das heißt, ein bullisches Zeichen hier an der Stelle ist schon mal, dass wir gegen die Wahrscheinlichkeiten nach oben ausgebrochen sind. Das heißt, was gilt es jetzt im Auge zu behalten? Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier einen explosiven Ausbruch haben werden direkt. Das bezweifle ich, das liegt einfach daran, dass die momentanige allgemeine Marktsituation etwas zu wünschen übrig lässt. Sagen wir es einfach mal so, dadurch, dass wir jetzt hier so eine große Konsolidierungsphase haben, dadurch, dass wir hier dieses Fake-Out hatten, wo nochmal so viel Hoffnung den Leuten entrissen wurde, in Anführungszeichen. So viele Leute hatten Hoffnung, dass das jetzt der Start von dem extremen Run-Up ist. Muss man einfach sagen, dass wir da natürlich jetzt viele Leute verloren haben und das merke ich natürlich auch daran, dass ich weniger Nachrichten auf Telegram und per E-Mail bekomme. Ich kriege etwas weniger Videoaufrufe. Daran kann man dann schon ein bisschen festlegen, okay, es verlassen ein bisschen die Leute den Markt oder es verlieren Leute gerade Interesse tatsächlich an dem Ganzen. Während wenn wir hier so ein Run-Up haben, dann merke ich natürlich, die Views sind unglaublich. Ich kriege unglaublich viele Telegram-Nachrichten, extrem viele E-Mails. Und wir haben halt jetzt gerade das Problem, dass obwohl wir so ein schönes Break-Out hier sehen, dass es nicht allzu viele Leute sehen werden. Ich werde dieses Video auch, glaube ich, ich werde diesem Video einen reißerischen Titel geben, ja. Also ich werde diesem Video einen reißerischen Titel geben, dass eben so viele Leute wie möglich hier sehen, dass wir momentan wirklich eine sehr schöne bullische Marktstruktur aufbauen, die uns in den nächsten Tagen und Stunden darauf vorbereiten wird, einen weiteren Break-Out-Versuch über die 10.500 Dollar zu starten. Wichtig ist, dass das halt viele Leute mitbekommen und dass dieses ganze Thema jetzt nicht so großartig untergeht. Und eine Sache, den Fehler dürft ihr wirklich nicht machen, dass ihr euch komplett aufhört mit dem Kryptomarkt zu beschäftigen. Ich meine, hier zum Beispiel, egal was jetzt, selbst wenn jetzt hier so ein kleines Fake-Out gekommen ist, vielleicht gab es hier einen Fake-Out, ja, wo mein Trade ja auch geschlossen wurde. Ich hatte ja meinen Stop-Loss im Profit, wisst ihr ja noch in dem Video, mein Trade hier, meine Long-Position, die wurde im Profit geschlossen, weil ich meinen Stop-Loss im Profit hatte. Wirklich nichts Schlimmes. Vielleicht könnt ihr euch an die Telegram-Gruppe erinnern. In der Telegram-Gruppe habe ich hier tatsächlich gesagt, dass ich eine weitere Long-Position eröffnen werde, ja. Hier habe ich ja gesagt, dass ich mit dem Gewinn von dieser Long-Position eine weitere Long-Position hier eröffnen werde bei 9.480 Dollar. Diese Long-Position hat auch extrem gut performt, bis sie dann tatsächlich hier auch vom Stop-Loss in einem sehr guten Profit wiederum geschlossen wurde. Das heißt, wir haben hier tatsächlich, obwohl das Ganze so negativ aussah durch den Dump und so, haben wir trotzdem gute Profite mitnehmen können. Und des Weiteren darf man halt wirklich nicht vergessen, Leute, unser Long-Term-Hodl-Portfolio legt momentan eine extrem gute Performance an. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass ich hier auch, als ich kurz bevor ich hier dieses Video hochgeladen habe, wo ich gesagt habe, dass wir nicht mehr großartig weiter beim Aktienmarkt fallen werden, habe ich ja tatsächlich auch ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich bei 5.300 Dollar Bitcoin kaufen werde und nochmal bei 6.400 Dollar Bitcoin kaufen werde. Das heißt, wir haben beim Aktienmarkt als auch beim Bitcoin einen extremen, wirklich einen extrem guten Einstieg hingelegt. Bei Bitcoin muss man sagen, ist der 5.300 Dollar Einstieg fast schon perfekt. Beim Aktienmarkt muss man sagen, sind wir auch sehr, sehr gut overall reingekommen. Natürlich haben manche Aktien ein bisschen schlechter performt. Viele Aktien, in die ich aber am 13. April tatsächlich eingestiegen bin und natürlich auch schon davor. Ich habe dieses Video gemacht, dieses Video habe ich erst hochgeladen, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, der Aktienmarkt ist hier vorbei am 11., wo ich schon einige von meinen Aktienpositionen ein bisschen hochgeschraubt hatte. Manche Aktien sind bereits wieder bei neuen All-Time-Highs und so weiter und so fort. Das heißt, wir konnten hier wirklich bei Bitcoin auf einen Teil unserer neuen Investitionen wirklich einen sehr, sehr schönen Anstieg von momentan 84% mitnehmen ohne Hebel. Die ganzen Hebel-Trades, die wir hier auf dem Weg nach oben gemacht haben, ja, die kommen ja auch noch dazu, das heißt, die Bitcoin, die wir nachgekauft haben, da konnten wir einfach mal einen 85%igen und nochmal einen 60%igen Gain mitnehmen. Ich habe natürlich einige Profite auch schon ausgezahlt bei 8800, das habe ich auch in dem Video gesagt, aber natürlich nicht alles. Jetzt, wenn wir mal als Durchschnitt den S&P nehmen, muss man sagen, ist nicht ganz der Durchschnitt, einfach aus dem Grund, weil, wie gesagt, viele Aktien schon wieder bei neuen All-Time-Highs sind, aber trotzdem, ich meine, hier haben wir auch, selbst wenn das Portfolio nur dem amerikanischen Durchschnitt nachgeht, ja, dem Standard & Poor, dann hat man ja auch einen 17%igen Gain in den letzten paar Wochen hingelegt. Das heißt, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit momentan dabei zu sein. Diese Corona-Phase war nichts anderes als, und das ist noch nicht vorbei, aber diese Corona-Phase, diesen großen Dump, das war einfach nichts anderes als eine große Opportunity innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Wochen ohne Hebel, ja, und mit geringerem Risiko, wenn man es zumindest gesehen hat, in Anführungszeichen, sehr, sehr gute Profite mitzunehmen, sein Portfolio erneut zu vergrößern und natürlich dann auch nochmal die ganzen Hebel-Trades, die wir auf dem Weg mit nach oben genommen haben, die waren natürlich auch alle kleinere Möglichkeiten. Es war kein riesiger Hebel-Trade dabei, tatsächlich hier auf dem Weg nach oben, muss man natürlich zugeben, es waren immer nur so kleinere, also ich habe bei keinem einzigen Hebel-Trade, den ich da in der Zeit gemacht habe, großartig über einen Bitcoin-Profit mitgenommen, aber das Ganze ist trotzdem nicht schlecht, muss man sagen. Die nächste Opportunity mit dem nächsten großen Breakout über 10.500, die will ich natürlich nicht verpassen, und das hier ist auf jeden Fall ein weiteres bullisches Zeichen, was wir hier mit diesem Diamond-Pattern und dem Bounce, dem Retest, unseres Symmetrical Triangles gesehen haben. Das heißt, wie gesagt, ich mache dieses Video so, dass es so viele Leute wie möglich sehen, aber ich sage halt, dass wir jetzt noch nicht direkt in den nächsten Stunden und Tagen einen Breakout erwarten können, weil eben so viele jetzt durch diesen Dump deprimiert waren, weil eben so viele jetzt momentan sich nicht mehr mit Bitcoin beschäftigen, weil auch natürlich sehr viel momentan auf der Welt passiert. Es ist einfach so, wir haben momentan ein unglaubliches Jahr, das Black Lives Matter Movement jetzt, was wirklich nochmal unglaublichen Aufschwung erlebt hat. Ich will mich zu solchen politischen Themen nicht so großartig äußern, weil man da immer, sage ich jetzt mal, wenn man da eine Sache, einen Satz falsch formuliert können, kann das direkt falsch rüberkommen, und aus diesem Grund muss ich da ganz klar sagen, will ich da jetzt nicht allzu viel drüber reden, aber es ist natürlich ein sehr brisantes Thema, zu Recht momentan, zu Recht ist das momentan ein sehr brisantes Thema, und da natürlich rückt sowas wie zum Beispiel als Bitcoin oder so ein kleineres Breakout, fällt dann wahrscheinlich allzu vielen Leuten nicht auf. Naja Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein 50 Dollar Bitcoin Giveaway, falls ihr wie immer hier bei diesem Video teilnehmen wollt, müsst ihr mir nur einen Kommentar schreiben mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin Adresse, ansonsten würde ich mich unabhängig vom Giveaway natürlich darüber freuen, wenn ihr den Kanal hier abonnieren würdet, die kleine Glocke aktivieren würdet, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst, und ich würde mich natürlich auch wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Naja Leute, wer ist der glückliche Gewinner? Satimo DeRose und er schreibt, danke für das informative Video, bitte immer weiter so. Freut mich auf jeden Fall, dass dir mein Video gefallen hat, ich werde auf jeden Fall versuchen, so oft wie möglich euch Videos zu bringen. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen kein Video hochgeladen, lag einfach daran, dass ich extrem viel zu tun hatte. Es kommen jetzt bald ein, zwei andere Projekte, komplett unabhängig vom Kryptomarkt an den Start, und ich hatte da leider einfach nicht so viel Zeit, und wir hatten ja zum Glück auch hier nur diese Konsolidierungsphase, das heißt, es ist in dieser Zeit ja auch nichts wirklich Interessantes passiert. Jetzt wird es wieder interessant, und deshalb haue ich euch hier direkt ein Video raus. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder oder in Updates in der Telegram-Gruppe. Bis dann, ciao, ciao.